Endlich eine neue Kombination aus drei Buchstaben Und die Teilnehmer denken, dass sie durchstarten Aber in der Quali muss man ja so tun, als ob man eigentlich gar keine Lust hat Wenn man gewinnt, um nen Huni reicher Oder sind die Regeln nicht ganz dumm und scheiße diesmal Und bist du noch paar Anfänger rein, ja dann werden's vielleicht sogar zweitreich Teilnehmer Und packt als Festung noch drauf Paar Leute, die fast noch wie Anfänger klingen Aber findet man raus, wie lange die schon dabei sind Denkt man sich nur, warum gibt der nicht auf Dann wird das Turnier richtig schön lang und ernüchternd Obwohl man schon in der Quali weiß, wer sich im Finale trifft Und vielleicht wird das Turnier sogar so scheiße und schlecht Dass es sich verläuft und der Leiter das Preisgeld verkillt Denn mittlerweile sind die Turnierleiter alle selber Eigentlich nur Standardrapper, die irgendwo Menschen rausfliegen und rumheulen Und dann denken, sie machen's besser Mach es besser, mach kein Shitstorm, mach ein Turnier und mach ein Discord Am Ende hat die Famsterrunde weniger Klicks, als es Preisgeld zu gewinnen gibt Irgendwann gibt es mehr Turniere als Teilnehmer, weiß jeder Kein Gegner kann mich besiegen, ich bin weit besser Habt bei euch reingeskippt, kein Teilnehmer wirkt nicht wie ein NPC Und ich glaub ein paar Turnier-Time-Fehler macht einen hier schon zu nem MVP Du denkst, du kannst mich schlagen, aber sicher nicht Ruf ein Krankenwagen, aber nicht für mich Ihr macht alle auf Troll und haltet die Erwartung unten Denn eigentlich könnt ihr wirklich nichts Hollande Also, ich hoffe es hat einen fünf-läufigen